Einen feuchtvollen Tag wünsche ich euch und die dritte Folge Invasion Mod steht an und dies war jetzt glaube ich richtig hart. Oh, da hinten schon ein Fetter. Da ist schon ein Fetter, wir haben schon gesehen, hinter den Bäumen. Wo ist ein Fetter? Lass ihn mal leben, ich will ihn erstmal sehen für die Zuschauer. Ja, da ist hinter dem Baum. Ja, wir wollten, haben wir uns abgesprochen. Ja, wir haben ja eben mal geguckt, wie man sich das craftet. Man kann sich da ganz easy Diamant aus den Sachen machen, das heißt Diamantschwerter sind drin für uns und wir brauchen natürlich auch Lava für Obsidian, damit wir einen Verzauberungstisch machen können und unsere Schwerter und so weiter dann auch verzaubern können. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, dass Taimo runter geht, oder? Ja genau, dann mache ich das jetzt. Okay, Taimo geht runter, ich versuche hier den Stand zu halten. Ja, das ist gut. Ich brauche noch Leitern. Leitern? Ja. Ne, wieso? Du kannst ja einfach dann wieder hochbauen, oder? Ja, komm. Was? Was? Ja, mache ich. Okay. Okay, wir haben viel zu wenig in den Small Remnants. Das brauchen wir nämlich. Und ne Eisenspielsacke brauche ich noch. Ey, für den Obsidian brauchst du Diamantspielsacke. Ja, ja, aber wir haben keine. Also nicht genug Diamanten. Ist da nicht im Nexus sowas drin? Doch, aber das ist nicht genug. Wir brauchen insgesamt vier Stück von denen und wir haben zwei. Ich muss mal gucken, ob im Nexus das drin ist. Guck, warte mal. Ich muss hier von rechts gucken, da kommen ganz viele. Ich bin auf den Arbeiter drauf, ja. Schön rein spammen. Okay. Gut. Headshot. Okay, hast du in den Nexus reingeschaut? Äh, ne, machen wir jetzt. Warte, ich zeige es auch mal für die Zuschauer. Ah, zwei Whiffed Flugs, ne? Ja, okay, ich nehme es raus. Den koste ich jetzt ein Diamantschwert. Schwert? Ja, nein. Warum? Wollten wir doch haben, oder? Wollen wir noch eine Spitzhacke, oder? So, ja, okay, dann müssen wir noch warten. Dachte ich zumindest. Kann ein Verzauberungstisch eigentlich kaputt gehen? Äh, ne. Aber die können ihn, glaub ich, abbauen. Ich weiß es nicht. Okay, das würden wir ja nicht zulassen. Für ein Verzauberungstisch bräuchten wir dann auch Bücher und alles. Ja, aber wir müssen ja eigentlich mal verzaubern irgendwann, oder? Da kommt ein Arbeiter von rechts. Wir müssen diese Small Ream Lens einsammeln, weil dann kriegen wir halt daraus Rift für. Wie viel hast du schon? Ich verkauf jetzt was. Okay, wir brauchen mehr Rift Flugs. Wir haben einen Diamanten. Oh, jetzt kommen schon richtig fette, ähm, Pigments. Okay, wir brauchen noch einen Rift Flugs, da haben wir zwei Diamanten. Gerne. Alter, sind das diese Bombenleger da? Welche? Ja. Die verdicken. Dübel. Okay, blaue Spinne auch im Anflug. Blaue Spinne werde ich direkt mal wegmachen. Ich hab einen Diamanten. Eigentlich, diese blaue Spinne ist so brutal. Sammle diese Small Ream Lens ein, okay? Ja, ich hab erst einen. Das ist egal. Jetzt hab ich zwei. Da ist da uns noch einer. Ja, da kommt schon welche. Ja, ich kill die mit dem Schwert. Ja, ich kill die mit dem Schwert. Ja, ne. Ne, sorry. Ja, die haben ein Ei abgelegt. Die sind richtig gefährlich. Die sind richtig gefährlich. Die machen richtig Damage. Ich glaube, das ist Small Ream Lens ein. Man braucht neun für einen richtigen, ne? Ja. Ja, okay. Das ist schon hart. Ich hab noch vier. Ich hab drei. Oh, da ist noch einer. Nein. Ah, hier ist noch einer. Bist du in der Base? Fuck. Ne. Da ist ein Fettigacken fertig geschossen. Hat der was kaputt gemacht? Weiß ich nicht. Ne. Vollkommen. Ich bin da. Ah, da kommt ein Bauarbeiter wieder. Aber bisher sind die noch nie zum Bauen gekommen. Ja, doch einer. Hast du in dieser Folge noch nicht. Ah, ne Leiter hat er mal gesetzt. Aber sonst setzen die auch Blöcke gerne mal. Ah, 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 das ist mir noch zu dumm für. Okay, da ist ne Sauerstin, ja. Die können halt locker easy hier hoch. Ja, das ist ein Problem. Oh, die ist auch ein bisschen dumm. Ich komm da nicht zwischen. Mann, ist egal. Wer kommt denn? Alter, ich hab Hitzböck. Achso. Ja, ich hab Hitzböck. Ja, du bleibst meine Schüssel an. Mal aufpassen. Ich glaub, der hat grad ein Eisending da. Eisenrüstung fallen lassen. Ja, da hab ich auch eine in die Toe gelegt. Eisenbrust-Panzer. Eisenbrust-Panzer komplett. Ja. Geh weg da. Dann. Jetzt hab ich eine Fackel abgebaut. Okay. Large number of mobs. Okay. Large number of mobs. Ja, hier sind sie. Flickle, Creeper, Skelettens und so weiter. Fuck, glaube ich bin da. Da. Braust du Hitter? Ja. Da Okay, ich komm zurück Lol, da ist einer Bauer Hits von hinten, Alter Hässlicher Fuick Die Zombie-Figments kämpfen gegen die Scantons Nein! Ich komm hoch Drei Herzen Ich hab jetzt schon 8 Small-Dinger Ja, nice Können wir hier was kosten Also, die Allsonstung hab ich jetzt erstmal in die Tour getan Ja Okay, hier kommen richtig viele Skeletons Ja Das ist krank Oh, der war schon ganz oben, der Zombie-Pigman Ja Okay, mach du da die Seite Ich glaub, die kommen gar nicht hoch, oder? Doch, er hat's abgebaut Setz wieder hin Okay, langsam wird's interessant Da ist ein Creeper Okay, ich sammle mal wieder die Dinger ein Ja Ich glaub, die sind nicht feindlich Da hinten sind wieder ganz viele Ja, da geh ich lieber mal wieder hoch Aber die sind nicht feindlich Ja, nicht vom Mod Die sind nicht vom Mod Ja Ja Die sind nicht vom Mod Ja Oder sollen wir unsere Eisenrüstung direkt anziehen? Wir machen aber Aber dann bring' ich den mal leider mit Hä, was hast du denn für ein Eisending? Wo ist das denn? Wo ist das denn? Hätt ich mir sein klein gelegt? Ah ne, den hab ich hier in deinem Tor drin Achso, okay Ich hab schon verwundert, ja dann zieh ich den jetzt auch mal an Ja Ja, du musst nach rechts gucken Ja, ich älte jetzt auch noch was Die hätten ganz schön viel weg Oh, da liegt ein Eisenschwert Beide Hol dir das Eisenschwert Oh, da kommen jetzt schon wieder fette Das ist richtig eklig Vor allem liegen die über dieses Small Women's rum Ja, von denen hab ich jetzt neun Ich crafte die mal grad... ne, ich crafte die jetzt nicht zusammen Warte, ich komm grad wieder zurück Oh, da hat der fette beschossen wieder Ach, da ist ein richtiger fetter Er schießt Wo? Da Das ist richtig eklig Den hab ich schon ganz verdrängt Habe ich gar nicht mit der Begrüßung erwähnt Dass es den auch gibt Aber viel ausschaltend schalte also nicht Der f geschafft Jetzt kannst du kaufen gehen Deine karton Ich mach grad Okay, dann übernimm du grad Komm doch von der anderen Seite einer Achso, hier sind noch Jetzt haben wir wieder drei Whiffed Flugs Okay Die nächste mal Warte Ich hab keinen Block Hier ist ein Block Komm Blau spinnen Zwei Stück Oh Gott Oh Gott Und da Da arbeitet sich einer hoch Ist der oben? Hier ist keiner Gut Hier kommt einer Kommt wieder einer Ja Das Ding muss ich am Crafting Table Blauer Blaue Spinne Ja Können wir uns auch den Crafting Table hier hinstellen Ja, ich bau den mal gerade ab Stell den hier hoch Ja Den Ofen auch Wo die Truhe bleibt, ja Da kommt ein Bauarbeiter Ah, was willst du? Boah, die Pigments halten übelst hier aus Ja Muss man schon sagen Da kommt ein Fettie Der hält richtig viel aus Das ist kein richtiger Fettie Nee Oh, eine Blau Spinne hinten im Anflug So, ich crafte mal gerade Okay Ja, jetzt haben wir vier Whiffed Flugs Hast du noch einen Whiffed Flugs? Äh, ich hab noch zwei Ach, da haben wir sechs Mach die Diamanten drauf Gib die mir mal Gib mir mal die Whiffed Flugs Gib mir mal die Whiffed Flugs D Nein Na, es hält sich ja nur ein Herz Vielleicht sind es ein Hexen Ja, die kann uns vergiften Das wär nicht so gut Ich leißen die an Ah, diese Zombie Pigments sind total behindert Ja, die halten richtig viel aus Blaue Spinne Er springt wieder hoch Ok, Welle 12 geschafft Ja, eine Welle machen wir noch Wir sind jetzt nämlich bei 14 Minuten Da ist einer, ein Serfer Wo? Ah da, der ist richtig fett Boah Alter Das geht jetzt To the doing Werfer Ok Ist er tot? Ne, der ist ganz fett Er ist tot Die Hexen chillen da auch nur hier live Ja Ok, gib mir mal 6 6 haben wir, ne? Wie macht man Diamant? 3 in einer Reihe von oben nach unten Ok Ok, jetzt haben wir 2 Diamanten Ok, jetzt haben wir 2 Diamanten Ja, du kannst ein Schwert packen Dicks hast Ok, mach schonmal das erste Schwert Du holst einen Limitar? Ähm, ne, hol ich jetzt gerade raus aus der Truhe Ok Ah, das ist ein Schwert Ah, was ist das? Ne, ja, was ist das? Bauerweiter Ah, viel Diamant bringt das ganze ja nicht, ne? Ne, oh, ein Fetter so habt ihr schwert ich komme zu hilfe ich werde jetzt erst mal ein dia schwert testen alter wie geht es hier wohl eigentlich brauche ich das gar nicht verwenden das war mein eisenschwert ist ja noch gut genug ich kann von gegen den fetten der spaß die hatte ich schon leiter leitern hoch gebaut an die mögliche brauchen ja ich komme an am dreck hier hat er schon leitern hoch gebaut alter junge ist ganz oben aus schluss gelitten hier ist richtig viel von dem zeug ja wohl kommen schnell wieder hoch weil sie kommen schon die nächsten komme ich hier auch hoch von der einen stelle ok ist durch ein bisschen bitter ok die dritte ist geschafft das war's mit der folge leute leute wir killen die noch grad ja wir müssen jetzt nicht noch fehlen so ich komme hoch und dann beenden wir diese diese farmen mobs noch ok leute das war's von der folge und wir sagen bis zum nächsten mal ne haut rein tschüss bis zum nächsten mal ciao 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 ciao